Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu Doms Kellerschow, die fünfte. Und die steht ganz im Zeichen von Höhen und Tiefen. Sie fing spät an mit der Musik und vor etwas mehr als einem Jahr die Diagnose Krebs. Daniela Bircher. Jeder hat so seine Art damit umzugehen. Ich bin nur nicht, was gerne unter Leid ist. Und du darfst auch nicht, weil Bakterien, Immunsystem. Schnell hinunter mit den Skiern und so weit wie möglich hinauf auf Stockholm. 51 Mal ist es ihr gelungen. Isolde Kostner. Ich bin schon zufrieden. Es gibt immer wieder Momente, wo man schon so ein bisschen Spritz im Leben fehlt. Ganz oben, zumindest in der Landespolitik, war er 25 Jahre lang unumstritten die Nummer 1 in Südtirol. Louis Thornwalder. Wie es bei ihr üblich ist, nicht über drei, vier Ecken, sondern einfach Merkel. Die hat dann gesagt Obama, weil er geglaubt, sie will nicht pflanzen. Das ist Dom's Keller Show, Freitag 20.20 Uhr, gleich nach der Tagesschau. Rai, Südtirol.